E5 Stellwerk Df D131, N132 und P D131, N132 E5 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 E15 E5 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 Anrufsschranke oder auch eine 62 Acht 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 Old-Dill-Kreis, Nord-Kleis 1 gegenüber Acht Sechs Zehn Beide G Abbrücke links vor Vorsignal In Kürze erreichen wir Herbom Bitte achten Sie beim Aussteigen auf den Spalt zwischen Tür- und Wahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. 4, 2, 3, weiter weg, nicht durchs Wahnsteiger KS. Scherborn-Dill-Greis laut Anschrift. Gleis 4 und 5 ohne Gleis.